Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Filofaxing Video. Heute wirklich mal rechtzeitig, ja. Ich habe mir ein paar Sachen mal wieder zurechtgelegt, vielleicht habt ihr das im Thumbnail schon gesehen. Wie immer weiß ich nicht, ob ich alles davon verwenden werde, aber wir starten jetzt einfach mal. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß! 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 Viel Spaß!